Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Im letzten Part haben wir den siebten Orden bekommen und ich hab mittlerweile... Ich hab... Bin... Ja... Moment. Ich bin zurückgelaufen und wollte natürlich nach Venisi City kommen, wo wir jetzt hin sollen. Aber ich habe gemerkt, dass diese Höhle hier, die haben wir noch nie betreten. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, schauen wir doch mal hier rein. Hier haben wir den Lanthanite Cave. Hier haben wir schon mal ein Item, einen Hypertrunk. Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt hinkommen, aber hier waren wir halt noch nie. Vielleicht gibt es hier noch den ein oder anderen Trainer und das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, damit wir noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Denn wir hatten im letzten Part durchaus Probleme mit den Trainern, mit den Arenaleitern, dem Arenaleiter. Also nicht mit dem Arenaleiter, der war ja eigentlich ziemlich leicht. Aber an sich könnte ich schon stärkere Pokémon gebrauchen, weil die Gegner sind immer so auf 50, 50 plus muss man ja sagen. Und ja, von daher könnte ein bisschen Erfahrung auf jeden Fall nicht schaden. Die Frage ist nur, ob es hier überhaupt Arena, äh, Trainer gibt. Aber wenn man sich das hier mal so anschaut... Hä? Wo bin ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ich meine, wir waren noch nie da drin. Ich dachte eigentlich, es gäbe da ein paar Trainer oder so, aber anscheinend nicht. Ein Snowpach, Snowpatch, Snowpach. Im letzten Part haben wir auch die Möglichkeit bekommen, ähm, Mega zu entwickeln. Wir können zum Beispiel unser... Äh, hallo? Ich kann nicht nach rechts. Okay, jetzt geht's wieder. Ähm, Jesse kann sich zum Beispiel Mega entwickeln. Och Gott, was ist das denn? Ähm, eine sehr interessante Mega-Entwicklung, kann man so sagen. Ich finde schade, dass es dafür keine Animationen gibt, wie in zum Beispiel X und Y oder, äh, ja, Omega Rubin und Alpha Saphir. Aber, naja, gut, ist jetzt nur ein Fangame. Da kann man sowas vielleicht auch nicht erwarten. Aber von den Leveln her ist der Typ hier auf jeden Fall schon mal deutlich machbarer als, äh, ja, die Trainer der letzten Parts, ne? Also ich hätte vielleicht erst mal hier lang gehen sollen, bevor ich nach Snowbank Town gegangen bin. Hätte wohl mehr Sinn gemacht. Naja, jetzt ist es zu spät, aber wir haben ja noch ein paar Pokémon, die durchaus ein paar Level gebrauchen können. Deswegen nehme ich die Erfahrung auf jeden Fall mal mit. Unsere aktuelle Aufgabe ist es, nach Venisi City zu gehen und dann von dort aus in den Süden zu kommen. Aber anscheinend gibt's da Piraten, die uns das Leben schwer machen wollen. Deswegen wird das wohl gar nicht mal so einfach werden. So, was ist noch ein Alpiko? Alpiko, keine Ahnung, was das ist. Ah, der, okay. Gut, Drain Punch. Dazzling Gleam. Was ist das? Sehr fiktiv. Was zum Teufel ist Dazzling Gleam? Die Level, die Level, die Level, die Level. Aber Level 48 müsste eigentlich noch machbar sein. Ähm, Heat Wave, los! Eisstrahl, ja, gut. Dürfte jetzt nicht allzu viel Schaden machen. Ja, so geht's, ne? Und ich schätze mal, das wird ein One-Hit sein. Ich mein, ist sehr fiktiv. Ja, sehr gut. Auch wenn's ein Volltreffer war. So, Level ab. Sehr gut. Ja, sehr gut. Verför auch noch ein bisschen Erfahrung. So, was hätten wir denn jetzt hier noch? Wie gesagt, keine Ahnung, wo wir jetzt hier hinkommen. Vielleicht finden wir noch was Interessantes auf dem Weg. Noch eine Höhle? Okay. Soll ich jetzt da rein oder hier rechts weiter? Ich weiß ja nicht. Hier ist noch einer. Okay, hier gibt's auf jeden Fall wohl noch einiges zu sehen. Dann würde ich sagen, werden wir in diesem Part uns dieser Route hier annehmen. Und hoffentlich noch das ein oder andere Level bekommen für unsere Pokémon. Denn wir könnten die echt gut gebrauchen. So, hier Heatwave. Dürfte sehr effektiv sein. Ne, nur normal effektiv. Okay. Wieder ein Volltreffer. Ziemlich viel Glück. Oh, die Paralyse. Äh, nicht Paralyse. Die Verbrennung ist sehr wichtig, weil es seinen physischen Angriff halbiert. Und es trotzdem noch fast ausreicht, um mich zu killen. Okay. Der Hagel reicht glücklicherweise nicht ganz aus. Ähm. Incinerate. Und der dürfte down sein. Also hundertprozentig eigentlich. So. Noch ein... Was ist denn los, Benny? Volltreffer nach dem Volltreffer nach Volltreffer. Okay. So, hier. Und Benny ist dank des Hagels down. Das hatte ich ganz vergessen, um ehrlich zu sein. Ähm. Verfirr. Hm. Blue X2 könnte auch mal wieder einige Level gebrauchen. Würde ich mal behaupten. So, jetzt kommt sein Verfirr. Ähm. Wir gehen einfach mal hier auf den Megastein. Ich muss das immer mit der Maus machen, weil mit Z klappt es aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ähm. Was lese ich dann da mal ein? Stampfer? Keine Ahnung. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie die Stats sich ändern, wenn er sich in die Mega-Entwicklung verwandelt. Könnte ich ja mal nachschauen. Ach, das macht ja gar keinen Schaden. Könnte ich ja mal nachschauen. So, ähm. Ich gucke mal eben nach. So. Pokémon. Blue X2. Und hier. Deutlich höherer Spezialangriff. Okay. Das ist gut zu wissen. Dann gehe ich einfach mal auf Donnerblitz oder Donnerblitz. Ja. Da haben wir immerhin eine Chance, den zu paralysieren. Macht zwar nicht allzu viel Schaden, aber... Äh. Ich weiß nicht. Macht Surfer mehr Schaden? Oder soll ich auf... Auf Heiduo kennen gehen? Hier, komm. Mal schauen, wie viel Schaden das macht. Müsste aber eigentlich auch nicht sehr effektiv sein. Och Mann. Der hat einfach keine Schwäche, die ich je ausnutzen könnte mit Blue X2. Alles macht verdammt wenig Schaden. Gut, dann wechsel ich mal aus. Oder? Ach, ich kann ja gar nicht wechseln. Stimmt. Großartig. Äh. Ja gut, wieder ein Pokémon Down. Ich stelle mich hier auch irgendwie wahnsinnig dumm an. Aber das Problem ist halt, das Verför hat eigentlich so gut wie keine Schwäche. Nur Drache und... Fee? Fee-Schwäche? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja. Also Drache und Fee. Vielleicht noch Boden? Oder Kampf? Das kann gut sein. Aber das Problem ist halt, dass Jesse schon down ist. Barrand. Genau, das ist der Drache. Dagegen kann ich ja einfach mal Dazzling Gleam einsetzen. Stimmt. Dazzling Gleam hat ja... Ja, stimmt. Das ist die Fee-Attacke. Richtig. Haben wir ja auch auf Kupo. Ganz vergessen. Okay. So, hier ein bisschen Erfahrung für die beiden. Was hast du noch? Ein Tracton. Okay. Da wechsle ich da mal. Was habe ich denn noch? Im letzten Part... Oder nee, nicht im letzten Part, aber vor einigen Parts hat uns das Tracton einige Probleme bereitet. Gehen wir mal auf Dazzling Gleam. Dürfte normal effektiv sein wegen der Stahl... Wegen dem Stahl-Typ. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Sein Iron Head. Nein. Gut, dann werde ich Kupo mal opfern müssen hier. Weil auswechseln bringt halt echt nichts. Ich könnte auch auf... Nee, ich bleib bei Dazzling. Gleam. Okay. Steigert sein... Sein Angriffswert. Okay. Und seine Initiative nochmal. Ähm. Hm. Jetzt ist die Frage, ob... Ob ich gleich mit Tula... Nee, Tula kann nicht schneller sein als der. Nein, kann eigentlich nicht sein. Ah, das ist eine blöde Situation hier. Irgendwie sind die letzten paar Parts skilltechnisch eher nicht so gut gewesen. Aber man muss schon sagen, die Pokémon der Gegner sind schon immer sehr stark. Das kommt mir doch nicht nur so vor. Die sind einfach wahnsinnig stark, alle. So, ich habe hier Priorität auf Eisschad. Deswegen dürfte der Down sein. So, dafür kriegen wir ein bisschen was an Erfahrung. Sehr gut. Und Terlat. Okay. Und wir gehen mal auf Eisstrahl und der dürfte Down sein. Oh, der ist schneller. Stimmt. Reicht das? Oh Gott, das ist eine Menge Schaden. Weißt du, das Ding ist halt... Ähm, Faför hat doch die Fähigkeit, dass physischer Angriff... Äh, physischer Schaden halbiert wird. Aber dennoch macht das so wahnsinnig viel Schaden. Ich verstehe es manchmal nicht so ganz. Hat... Er hat doch die Fähigkeit, oder irre ich mich da gerade? Ja. Halbiert den Angriff von... Äh, den Schaden von physischen Attacken. Also. Keine Ahnung. Seltsam. Ich darf mal wieder einige Beleber einsetzen. Ansonsten müsste ich den ganzen weiten Weg zurücklaufen. Aber wir haben ja das Geld, von daher... Benutze ich einfach mal... Die Items. Hashtag YouTube Money. Ähm... Wir haben auch noch einige Sonderbonbons, die wir durchaus mal benutzen könnten. Ähm... Gehen wir hier auf die Supertränke. Wir haben noch zwei. Okay. Hier und hier. Und... Ja, ansonsten müssen wir halt... Die Hypertränke... Hypertränke benutzen. So. Und so. Gut, was haben wir noch hier? Jetzt müssen wir hier quasi... Nochmal in die Höhle rein. Wollen wir mal schauen, was es hier noch so gibt. Hm. Ein weiterer Hypertrank. Okay. Ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt's ja hier sogar ein legendäres Pokémon oder so. Weil an sich... Müssen wir ja hier nicht hin. Das ist ja ein optionaler Weg. Irgendetwas Interessantes wird es hier wohl ja geben. Ich glaub nicht, dass das komplett nutzlos ist. Wäre zumindest sehr seltsam. So. Hier haben wir schon mal ein Item. Und zwar ein... Ähm... AP Plus. Oder? Glaube schon. Ein Verfär. Okay. Davon haben wir schon eins. Ich werd's aber trotzdem mal besiegen. Einfach um die Erfahrung mitzunehmen. Wir dürften auch schneller sein. Und es dürfte ein One-Hit sein. Von daher... Nehme ich mal die Erfahrung eben mit. Kann ja nicht schaden. So. Der wäre down. Wobei... Auch das sind nur... 257. Für beide. Das Problem ist halt echt, wenn man den... IP-Teiler irgendwo angelegt hat... Dass das eigentliche Pokémon kaum noch Erfahrung bekommt. Aber Fafur ist momentan halt echt irgendwie... Nicht allzu stark. So. Gehen wir hier lang. Da unten war noch ein Item, das ich gerne haben würde. Deswegen gehen wir mal zuerst hier lang. Was hätten wir hier? Ähm... Eisstrahl. Gut. Haben wir schon auf... Ähm... Fafur. Deswegen brauchen wir das nicht unbedingt. Aber gut zu haben ist es ja trotzdem. So. Jetzt hier hoch oder da runter? Oder wie ist das? Ich hab doch keine Ahnung, wo ich hier lang soll. Hier hoch. Da wäre zumindest ein Item. Wenn ich da irgendwie rankommen würde. Ähm... Okay. So komme ich da hin. Was hätten wir hier? Ein KP Plus. Okay. Äh... Äh, 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 äh. So, so, so. Hier bräuchte man Kaskade. Wir haben nicht Kaskade. Verdammt. Bin ich jetzt hier ernsthaft umsonst hingekommen? Das wäre ein bisschen blöd. Ach, nein. Ich dachte, ich wäre hier irgendwie auf dem richtigen Weg. Zu irgendwas Coolem. Aber anscheinend nicht. Vielleicht ist da links noch irgendwas? Ich weiß ja nicht. Ansonsten müssen wir schon den Rückweg antreten. Hier ist auf jeden Fall noch irgendetwas. Aber keine Ahnung, ob es hier noch deutlich weiter geht. Oder ist zumindest noch ein Weg? Ein Eingang oder Ausgang? Es geht weiter in das Höhleninnere anscheinend. Ein Linkheit. Okay. Flüchten wir einfach mal. Ja. Da hätten wir noch ein Item, das ich gerne mitnehmen würde. Die Höhle, oder zumindest dieser Teil der Höhle, erinnert mich gerade so ein bisschen an diesen Ort, wo man Kaiogre fängt in Alpha Saphir. Oder, äh, Saphir. Hier. Sieht ein bisschen so aus, finde ich. Keine Ahnung. Kommt mir gerade so vor. Was hätten wir jetzt noch hier? Da ist schon mal nichts. Dann gehe ich mal da runter. Hier lang? Oder wie ist das? In der Mitte wird ja wohl irgendwas sein. Das sieht schon sehr sonderbar aus. Muss man schon so sagen. Ich hoffe, auf der nächsten Route wird die Levelkurve dann nicht wieder so krass ansteigen wie bisher. Das wäre zumindest sehr nett. Ist hier noch irgendwas im Wasser? Ansonsten wäre auch hier wieder das Wasser sehr nutzlos. Äh. Das ist eher nutzlos. Okay. Gut, dann gehen wir da nochmal rein in diesen Eingang, Ausgang. Ausgang, okay. Hä? Sind wir jetzt wieder zurück? Bin ich einmal im Kreis gelaufen? Wie bin ich denn bitte einmal im Kreis gelaufen? Bin ich jetzt vollkommen blöd? Ernsthaft? Moment mal, Moment mal. Hä? Hä? Ach, Moment. Das war... Genau, stimmt. Ah, ich verstehe. Okay. Dann sind wir quasi einmal durch, ne? Und der einzige Ort, wo wir noch hingehen könnten, wäre halt der Ort, wo Kaskade ist. Aber wir können ja da halt nicht hoch. Deswegen ist das eher nutzlos. Ja, hier der Frozulo. Ja, ja. Muss man jetzt hier nicht extra noch Ärger bereiten. So, flüchten wir. Und dann bitte zum Ausgang. Ah. Und dann müssten wir jetzt eigentlich zurück nach Venisi City. Keine Ahnung, ob es da einen schnelleren Weg hin gibt, als einfach zu surfen. Aber... An... Ja. Hm. Ja. Ich will nicht den ganzen Weg zurücksurfen. Das wäre echt sehr, sehr nervig. Aber ich glaube fast, dass wir das machen müssen. Ich benutze jetzt einfach mal einen... Wobei, die Hülle hier ist relativ kurz. Da brauche ich keinen, äh, Schutz einzusetzen. Das sind nur irgendwie... Das ist nur ein Raum. Ein Raum und dann sind wir wieder in der nächsten Stadt. Und von da aus wären wir dann auch schon wieder fast am Meer. Und vom Meer aus... Nach Venisi City... Hm. Dauert schon einiges an Zeit. Vielleicht werde ich das dann einfach mal rausschneiden. Weil ganz ehrlich... Anschauen braucht ihr euch das jetzt nicht, wie ich den ganzen Weg zurücklaufe. Ich schaue einfach mal nach, ob es hier irgendwo eine Bahn gibt. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Wollen wir doch mal schauen. Hier haben wir das Labor. Da war ja nichts mehr. Hier haben wir... Auch nichts, oder? Nur den Laden hier. Okay. Hier noch irgendwas? Nein. Pokémon Center. Da ist noch was. Ich muss auch, glaube ich, mal wieder heilen gehen. Deswegen mache ich das einfach mal. So. Ja. Bitte. Ja. 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 Ansonsten werde ich wohl den ganzen weiten Weg zurücklaufen. Ich frage mich wirklich mittlerweile, ob es Fliegen gibt in dieser Edition, in diesem Fangame. Es scheint echt nicht so zu sein. Der Professor hat es zwar das ein oder andere Mal eingesetzt, aber an sich... Wohl eher nicht. Bringst du mich zurück irgendwo hin? Piraten? Ähm. Äh. Ah. Der bringt mich anscheinend nach Venisi City zurück. Oh. Das war eine Falle. Das ist ein Pirat. Ah. Arr. Ich habe mich als alter Mann gekla... äh... getarnt. Ich habe geplant, deine Pokémon zu stehlen, äh... während wir auf See sind. Äh, ja. Gut. Ja, ja. Komm, dann kämpf einfach gegen mich. So stark kann es jetzt wohl auch nicht sein. Pirat Jack. Okay. Auf Level 50. Okay. Oh. Der rechts sieht so aus wie, äh... Tragosso so ein bisschen. So ein bisschen. Zumindest so ein bisschen. Ich weiß nach wie vor nicht, wie ich hier die Mega-Entwicklung per Key machen kann. Deswegen muss ich mal mit der Maus drauf gehen, was ein bisschen nervig ist, aber manchmal klappt es einfach nicht. Und dann ist das hier mit der Steuerung blöd. Das muss ich auf jeden Fall noch rauskriegen, ob man das vielleicht irgendwie leichter hinbekommen kann. Ähm... Heatwave. Oh, das trifft alle, ne? Verdammt. So, Jessie. Mega-Entwicklung. Sehr nice. Okay. Und... Dann dürften wir jetzt... Hä? Ist der Geist? Ernsthaft? Der sieht nämlich nicht wie Geist aus. Um ganz ehrlich zu sein jetzt. Ich dachte, der wäre vielleicht Unlicht, aber anscheinend nicht. Hm. Seltsam. Okay. Gut, dann gehe ich mit Drain Punch halt... Oh, Moment. Moment, wenn der Geist ist, ne? Dann dürfte Feint Attack gar nicht mal so schlecht sein. Ich wechsle Benny und gehe auf... Blue X2, schätze ich mal. Ich muss sagen, Benny, ne? Am Anfang war der noch ganz gut, aber mittlerweile... Ist der eher eine Last geworden. Der ist halt... Nicht gerade schnell. Und... Sein Spezialangriff ist jetzt auch nicht so hoch. Ich weiß ja nicht. Schon ein bisschen seltsam. So, Verför kriegt wieder einiges an Erfahrung. Nice, nice. Blue X2. Okay. Okay. Ähm. Hargroß? Was zum Teufel ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Okay. Ähm. Machen wir da einfach mal... Das und Surfer auf alle. Warum nicht? Sucker Punch. Okay. Mal schauen, wie viel Drain Punch macht. Nicht allzu viel. Okay. Surfer wird jetzt hoffentlich nicht... Allzu viel Schaden auf... Ähm. Jesse machen. Naja. So geht so. Aber Vilukat ist schon mal down. Immerhin etwas. So, die kriegen ein bisschen Erfahrung. So. Ähm. Der sieht aus wie ein Käfer Pokémon. Deswegen gehe ich einfach mal auf Finte, weil da Step drauf ist. Und hier einfach auf Donnerblitz. Und wir haben Glück, dass der nie trifft. Mit seinem Sucker Punch. Ja. Finte war gar nicht mal so schlecht. Oh. Und Jesse. Mega Entwicklung. Jesse hat sogar die Fähigkeit Bloodlust. Was gar nicht mal so schlecht ist. So. Hier nochmal Feint Attack. Und wir gehen nochmal auf Donnerblitz. Weil warum nicht? Und der wäre down. Sehr gut. So. Muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg zurückschwimmen? Oder wie ist das? Kann ich vielleicht sein Boot stehlen? Ich weiß ja nicht. Hat der noch ein Pokémon? Nee. Arrrr. Arrrr. Silver wird wütend sein, dass ich, äh, ja, gegen so einen Typen willig verloren hab. Okay. Kann ich da jetzt rein? Moment. Hey. Moment mal. Ich hab den Kampf beobachtet. Der Typ war ein Pirat, oder? Ich wusste es doch. Normalerweise, ähm, haben die Black Flag Pirates, äh, hier oben im Norden nicht zu suchen. Sie sind, äh, ja. Er ist seit kurzem hier. Nun, wie dem auch sei, ich möchte mich bei dir bedanken. Du hast ihm eine Lektion erteilt. Hoffentlich wird er nicht wieder herkommen, äh, zu Silverport Dingens. Falls es irgendetwas gibt, womit ich dir helfen kann. Ach, Moment. Ich kann dich nach Venisi City bringen, wenn du willst. Vielen Dank. Immerhin etwas. Okay. Sehr gut. Dann würde ich jetzt gerne mal in das Pokémon Center geben, weil der eine Kampfgrad, der eine Kampfgrad war schon anstrengend genug für meine Pokémon anscheinend. Und ich würde sagen, im nächsten Part begeben wir uns in Richtung Süden, wo wir dann, weiß ich nicht genau, was wir da finden werden, aber anscheinend gibt's hier jede Menge Piraten, ähm, die wir dann bekämpfen werden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dann! Bis dann!